Ganze Generationen von Schülern sind ja schon für Zahnspangen gehändelt worden und irgendwie dachten wir immer, nur Turnbeutelvergesser tragen Zahnspangen. Jetzt stellt sich heraus, wir waren einfach nur zur falschen Zeit am richtigen Ort. Denn englische Zeitungen berichten, britische Teenies finden Zahnspangen plötzlich total sexy. Und die Deutschen tun das plötzlich auch, wie André Golsche und Lina Wente zeigen. Bei den Jungs sind es Motive der Lieblingsfußballmannschaft. Mädchen dagegen mögen lieber eine Liddelmaus oder schrill und bunt. Doch kann man wirklich von Glück reden, wenn man schiefe Zähne hat? Wohl kaum. Zumindest aber hat man gute Chancen im Trend zu liegen. Denn das Top-Thema auf deutschen Schulhöfen ist zurzeit die bunte Zahnspange. Lorena hat der Arzt eine Zahnklammer verschrieben. Auch die 14-jährige Berlinerin wollte unbedingt etwas Farbiges im Mund haben. Schließlich will man in der Pause ja mitreden können. Wenn man eine neue Zahnspange kriegt, dann unterhält man sich schon. Also nicht viele haben ja ein Bild drauf und dann finden die es ganz schön und dann wollen die das auch haben. Und deswegen haben das dann alle fast so ein Bild. Wer kennt sie nicht die Hänseleien wie Klammeraffe oder Eisenzahn? Wer früher zum Gespött der Klasse wurde, ist heute hipper denn je. Dr. Ronald Harms war einer der Ersten, der erkannt hat, dass man damit einen Trend setzen kann. Immer häufiger sogar kommen Kinder in seine Praxis und betteln förmlich um eine Spange. Ganz sicherlich gibt es Kinder, wo die Freundin eine schöne bunte Zahnspange hat und die dann auch diese haben wollen, ohne, sag ich jetzt mal, dass primär die Zahnfehlstellung im Vordergrund steht. Aber dafür sorgen natürlich die Kassenrichtlinien. Da können wir nicht einfach eine Zahnspange machen, die nur getragen wird, weil sie bunt ist. Ausgelöst haben den Run auf das Metall im Mund wie so oft natürlich die Promis. Teenie Star Marlon kennt man nicht ohne. Tom Cruise trägt seine Stolz auf dem roten Teppich. Auch Cindy Crawford findet das Drahtgestänge schick. Trendsetterin Verona Feldbusch mag es allerdings lieber farbenfroh. Moderatorin Gülschan hätte so gerne eine kunterbunte Klammer gehabt. Nur leider hatte sie ein Problem, nämlich zu gute Zähne. Ja, weil alle die hatten, wollte ich natürlich auch eine, so wie das ist. Die hat einen Pony, ich will auch einen Pony, die hat eine Zahnspange, ich will auch eine Zahnspange. Und dann war ich beim Kiefer-Utopäden, hab da auch ein Praktikum damals gemacht. Und dann meinte ich so, ja, könnten Sie nicht mal vielleicht mir auch eine Zahnspange verpassen? Dann hat sie so geguckt, sie so, nee, dein Gebiss bekommt auf jeden Fall keine Zahnspange. Hat aber erstmal einen Abdruck gemacht und hat das dann da so hingestellt als Vorbildgebiss. So sollte ein Gebiss sein, wenn alles gut gelaufen ist. Ich so, ja, danke, toll. Ich finde Zahnspangen süß, ich finde das kommt bei Menschen sehr süß, vor allem bei Mädchen. Hast du das früher auch gedacht, als es in so einem Zahnspangen-Alter war, sag ich mal? Also Zahnspangen haben für mich selber nie wirklich groß eine Rolle gespielt. Und wie gesagt, ich finde es einfach, es sieht süß aus, also es ist nichts wirklich Störendes. Ich glaube eher für die, die sie tragen, die dann andauernd irgendwie Spezialreinigungen machen müssen und sowas. Ein wenig too much ist es jedoch eher bei diesen drei Grazien, die ihr Esszimmer wohl ein bisschen zu sehr geschmückt haben. Kauleiste Deluxe, nur nicht wirklich das, was zur Zeit en vogue ist. Wer auf dem Schulhof angesagt sein will, der muss eine echte, aber bitte bunte Zahnspange haben. Ich finde es absolut cool und die anderen aus meiner Klasse, die finden es auch super. Ich habe es mir so ausgesucht, weil auch die meisten auch bunt haben. Und weil mir auch der Arzt gefragt hat, ob ich es bunt oder eine Farbe haben will. Ich habe mich gefreut, weil meine Schwester hat es halt auch. Und dann dachte ich mir, ja cool, dann schaue ich halt jetzt genauso lustig aus wie meine Schwester und so. Ich wollte sie unbedingt haben, ich fand es so lustig, dass sie so bunt ist und so. Doch nicht alle sind von dem Boom mit der bunten Spange begeistert. Kritiker meinen, dass Ärzte schneller mal gerne eine Klammer verschreiben, obwohl die Kinder nicht unbedingt eine bräuchten. Völliger Quatsch behauptet dagegen Dr. Ronald Harms. Er glaubt, dass die Jugend von heute einfach flippiger ist. Im Vergleich zu früher ist es so, wir hatten früher ja fast nur eine Einheitsfarbe, das heißt so Blas-Rosa. Das war also nicht der Hit. Wir haben versucht, diese Blas-Rosa-Farbe hier lange weiter durchzuziehen, weil es ja ein riesen Mehraufwand ist. Praktisch ganz individuell die Spangen zu gestalten. Aber die Jugendlichen haben uns also ganz schnell gezeigt, wo der Weg hingeht. Jeder will seine individuelle Spange haben und die müssen bunt sein. Und ansonsten diese rote Farbe, die ist out von früher. Lorena hat ihre neue Spange endlich bekommen. Sie hat sich für ein Motiv mit der Diddelmaus entschieden. Ein Motiv, was allerdings nicht bei allen so gut ankommt. Die älteren Kinder, die finden es bestimmt dann total kindisch oder so, aber die anderen aus meiner Klasse und so, die finden es auch schön. Egal welches Motiv, Hauptsache man hat eine, sagen die Jugendlichen. Doch Ärzte sagen ganz klar, wer keine schiefen Zähne hat, der muss auf diesen Trend leider verzichten. Übrigens, gute Zahnärzte berechnen für die Farben und bunten Motive in aller Regel nichts. Einige nehmen dagegen bis zu 15 Euro.